halli hallo und willkommen zum nächsten part wir holen uns auch die restlichen schätze diese gibt und davor wechseln wir aber kurz gegen riku ein und wieder diese homo gegner die immer zu zweit unterwegs sind leicht schwul ja wenn er mich trägt ziemlich auffällig das ist nicht so mein typ her kämpfe kämpfe und kämpfe und wieder schwimmen wir uns wie zu erwarten überall ist hier wasser so 2 kisten ein rücks ferrui und ein vitalring ja da freut sich das herz hey wir mussten nicht kämpfen was wunder so einmal hier unten wo ich gesagt habe da können wir noch nicht rein ja tieros und schiss wie immer das kennen wir schon und ja wie geht es mir runter und dann hier rechts rein ja mit einem kampf diese dinger nehmen wir uns natürlich mit ich weiß ich weiß mich und was ist denn hier drin ist ein sternenschutz ja ein hinterhalt man macht nicht immer gleich 1600 damage das ist einfach übertrieben gibt euch das mal so jetzt kurz heilen hier geht doch nicht so heiliger rindermann waka ist cool mann immer coole sprich hier drauf los tierus du fett sack ach komm jetzt ich würde es mal interessieren zu wie viel prozent ein hinterhalt sein kann wahrscheinlich so um die 30 prozent bei mir ist wahrscheinlich um 70 so jetzt gehen wir endlich mal hoch endlich hier und wajsch 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 Wer ist sie? Unaleska. Frau Unaleska? In Zanarkin, sie erwartet den Streichsten. Sie ist noch alive? So wie Micah und Seymour. Ich verstehe. Hast du deine Nerven? Nein. Nichts schreckt mich jetzt. Brasca wäre stolz. Dann muss ich ihn nicht verletzen. Jetzt reizt's doch mal. Irgendwann muss es doch echt mal reichen mit den Kämpfen, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Jede paar Meter muss man kämpfen, ey. Der Wahnsinn. So. Ja. Wir wechseln kurz Waffen. Denn jetzt kommt wieder so ein schwieriger Kampf. Aber wir nehmen am Anfang Juna. Oder nee, nein, doch nicht. Doch sogar. Nein. Nein. Braucht's doch nicht. Und speichern mal. Weil ich will hier keinen Fail hinlegen. Tue mir leid. Ey. Ey. Zum Glück ist es kein Hinterhalt, ey. Dann hätte ich diese Bude hier zerlegt. Dann. Dann wirklich. Dann wäre ich sowas von drauf gewesen, ey. Das glaubt ihr mir nicht. Ey. Das ist so ein Scheiß. Nur am Fluchen bin ich hier. Es kommt. Oh mein Gott. Ja. Der erste Wächter namens Wächter Heiligt. Sehr schön. Wir machen jetzt. Zuerst mal Husker. Als nächstes hauen wir mal einen Blindschock drauf. So. Hat prima geklappt. Als nächstes ein Panzerbrecher. So. Friss das. Jetzt fängt der gleich mit so einer Attacke an. Ich fülle raus. Das ist. Ich sag's euch. So eine hässliche Attacke. Schau euch das mal an. Der Wahnsinn. Ja. Allheilmittel muss hier. Äh. So. Und ja. Warum leuchten wir so? Oder. Wir werden die ganze Zeit dunkel und hell. Ja. Das ist. Fluch. Mit. 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 Bl vestigern ist der Strafstein. Ähm. Das macht. Dass wir keine ekstase. Meintest maneuveraten. Als nächstes. Wir legen wir den Pastor mal mit Reflect. Weil er sich ganze Zeit heil. Äh heilt. Ja. Mal. about zweitests haben wir noch einen Command Hatens weg. Auf breakup. Um das Beispiel. Was denn neu? Um das mal etwas Condorf? Und der Person. Ich mag defw sun nur noch mal die charged. sehr schön jawohl haut drauf er trifft nicht so ein boon warum darf denn noch mal aber einen weiteren blindschock muss jetzt fressen was machen wir ja wir können ja nicht mit zauber angreifen jetzt muss er fressen jetzt muss er fressen ja mal frisst das so was alter schwede der ist da oh mein gott was ist das für ein endgegner gewesen ein paar schlägen war ja dauer so eine geile scheiße hey we rest a little we reach the summit soon i know that's why i want to stop for a bit so means that there's not much time left riko fine i'll think on the way ja unglücklicherweise haben wir jetzt kein vernichtenden hingelegt tut mir leid hey come on let's go we are we are almost there aren't we we've come a long way what's so funny you remind me of myself before the closer i came to zanarkin the more i wondered when we arrive braska will call the final aeon he will fight sin then die i thought my mind was made up long before but when i stood here my resolve wavered hmm never would have figured legendary guardians choke sometimes too huh legendary guardian i was just a boy a boy about your age actually i wanted to change the world too but i changed nothing that is my story wow wow das hätte ich jetzt nicht gedacht das auren so weich ist ja boah ich freue mich so auf ja wenn ich das spiel durch hab dann habe ich ja beschlossen die ganzen geheimnisse zu machen und dadurch freue ich mich echt am meisten das wird so spaß machen woah a city dead for a thousand years a city i had to see with my own eyes the end of you as journey the last chapter in my story my thoughts they kept floating up and then slipping through my fingers slipping away before i could pin them down with words yuna i say no if we go down there then you'll riku riku you're a true friend and i thank you but i must go down to sanarkent i'm not saying we shouldn't go but should we think about it some more there's gotta be some kind of way we can save you yuna all my life i knew this moment would come unni thank you riku thank you for everything Okay. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No, you can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that, because we're going to see each other again, okay? Kimari, let's go.